Willkommen zu Nirgendum spielt. Ich bin in Pathfinder unterwegs. Da gibt es nämlich jetzt auch den rundenbasierten Modus. Ich will mal kurz gucken, ob ich in dem Königreich noch irgendwas tun kann. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zum nächsten Punkt, wo es endgültig zu kämpfen kommen kann. Die sind alle belegt. Ich habe aktuell alle irgendwo im Einsatz. Ich müsste mal gucken, wie ich meine Ratgeber, wie ich noch mehr Ratgeber bekommen kann. Das weiß ich noch nicht. Aber dann gehen wir erstmal hier raus. Wenn der Königreich zerstört wird, ist das Spiel vorbei. So eine Überraschung. Dann gehen wir mal raus. Dann gehen wir mal raus. Ich bin immer noch heftigst überladen, das sind alles verlorene Gegenstände, das will ich nicht. Dann muss ich das vielleicht mal alles hier reinlegen. Ich bin immer noch heftig. Ich bin immer noch heftig. Ich bin immer noch heftig. Dann gehen wir mal raus und gucken mal, wenn wir in eine volle Party sind, dass wir dann nicht überladen sind. Ich bin immer noch heftig. Die Insel wollte ich erkunden. Dann gucken wir mal, ob es einen Kampf gibt und gucken wie das mit dem rundenbasierten Modus funktioniert. Ich muss das noch heftig machen. Ich bin immer noch heftig. ein bisschen was hatte ich schon erkundet da gehts nicht weiter zelsen feuchte seite so octavia ist dran die kann sich entweder bewegen eine standardaktion, eine freie oder eine schnelle aktion also die strahlen auf den die 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 beende ich jetzt nur die runde von dem einen character gehe ich von aus ja, verzögern kann ich. Das war jetzt ein Angriff. Noch einen Angriff kann ich nicht. Jetzt kommt Tristan. Vorbei. Auch ein Fehlschlag. Und Fehlschlag. Jetzt ist das Röhlicht wieder dran. Ja, geschafft. Und ich glaube, so macht der Kampf für mich sehr viel mehr Sinn. Ich habe sehr viel bessere Kontrolle darüber, wie es mir geht. Ich kann gucken, wann ich heilen muss. Ich habe einen Trifon-Gang. So, fangen wir mit Amiri an. Ich kann aktuell nichts tun. Das war ein Rimm. Das war ein Rimm. Jetzt kann er heilen. Und ... Sonst habe ich nichts. Du hast mir geholfen. I'll try to make this swift. Ist das Ding wohl tot? Darum sehe ich hier die aktuellen Trefferpunkte nicht. Ach da, die sehe ich da oben. 1, 2, 3, 4. This should do it. So, Octavia mal aus dem Gefahrenbereich hier raus. Oh Mann, haut die auch noch vorbei. No. Ich versuche es einfach mal. Ich versuche es einfach mal. Ich versuche es einfach mal, ich versuche es einfach mal, ich versuche es einfach mal. Elektrizität und Zauber. Immunität. Also, magisches Geschoss. Dann versuchen wir hier mal. Die beiden Feuerballzeichen. Ich versuche es einfach mal, ich versuche es einfach mal. Zweimal Fehlschlag, Klazer. Das ist Tristan. Alle Feinde. Amplitische Wunden heilen. Schwere Wunden heilen. Monster bei Zauber und Tote beleben. Gift verzögern. Fabricio Turinos. Einmal damals schwere Wunden. Jawohl. Den haben wir schon mal weg. Den haben wir schon mal weg. Oh ja. Den haben wir wieder Fehlschlag. Das war das nächste Licht. Nein, ich hätte schon mal gebrochen. Nein. Ja. Auf geschafft. Oh. your 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 how your your Eine Hände, die Karte noch mal an, jetzt da oben in die Ecke. Zwei, drei, Kriegs-Licht. Oh, da ist noch eins. Das ist das Karte. Die haben nicht viel Schaden gemacht. Die haben nicht viel Schaden gemacht. Das ist jetzt aufgestanden. Habe ich denn irgendeinen... Das sieht aber nicht gut aus. Dann haben wir uns vorbeigehauen. Dann machen wir alle wieder fit. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das sieht gut aus. Die haben kontrollierten Feuerball. Da haben wir Resistenz drauf. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Dann sind wir wieder voll da. Was haben wir hier noch für Sprüche? Wir haben keine Aktionen mehr übrig. Ich bin doch nicht gewischt Ich bin doch nicht gewischt Toll Jetzt sind die wieder alle dran So So Wieder vorbei, wieder vorbei So So Ich weiß nicht, was ich nur erwartete. Hammer heilen. So eine Feuerball scheint nicht wirklich zu funktionieren. An dem. Befehlschlag. Eins weniger, hervorragend. Sie sind vorbei gehauen. Wieder vorbei. Das ist coole. Das war das. Ja, so wir stehen. So, es ist super. So, was er? So, so ist es der Handling. So, ich war's. So, was er ganz gut. So, wir haben jetzt gerade das Haap. So, wir sind hier im Winde Lange. So, was er? Das war's für heute. Getroffen! Hula! Endlich mal getroffen. Kann ich denn irgendetwas tun, wenn ich diese Kräuter machen meine ich besser treffe? So, dann kriegen wir alle noch einen Bonus. So, dann gehen wir alle noch einen Bonus. So, dann gehen wir alle noch einen Hust. Oh, ich kann meine Finger sogar drei mal angreifen. So, dann gehen wir uns an. So, dann gehen wir alle noch einen Husten. Das war's. Ich hab sogar mal gebrochen mit dir am Boden. Das ist mir da. Oh. Oh. Oh, Lana hat getroffen. Jetzt haben wir es doch gleich. Geschafft. So, dann... Einmal speichern, dann versuchen wir hier mal zerlasten. Was irgendwie nicht geht. All according to plan. Oh, da liegt noch jemand. Kann ich jetzt hier? Ja. Nein. In due time. Was war das jetzt? Best Tagebuch. Halt. So. Und dann war es das wahrscheinlich. Heißt. Oh, du bist. Oh. 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 Hey. Can someone help me? Calm down, I'm not dead yet. This was not part of the plan. They go down! What are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? I don't know what I'm doing now. Das ist zurückgehen. Heilen. Your life ends low. Sind nur 2. Soll dich überleben können. Das war nicht Teil des Planes. Also, schon wieder tot. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, ich hab's geschafft. 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 Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. 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 Es ist gar nicht mehr viel. Sieht wirklich so aus, als würde ich einfach nur Mist werfen. Zum Glück machen die nicht viel Schaden. Jawohl! Geschafft. Dann nochmal speichern. Dann muss ich mir das nächste Mal überlegen, ob ich hier rasten kann. Das gucke ich gerade noch. Nein. Da! Du kannst nicht... Wieso sind Feinde in der Nähe? Rundher komme ich auch nicht. Wir sind wahrscheinlich die nächsten. Leichter. Vier Stück. Dann laden wir den letzten nochmal. Hochklettern konnte ich, runterklettern kann ich nicht mehr. Das ist die Loppe. Das ist die Loppe. Äh, ich guck mal nicht. Okay. Aber es ist sehr schön. nochmal runter das hat funktioniert das hat funktioniert wieso kann ich hier nirgendwo rasten? ich bin ja hier vorne wahrscheinlich hoffentlich ja 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 gut, dann kann ich jetzt hier abspeichern und hier ist nix Aber der rundenbasierten Bonus gefällt mir sehr viel besser als der andere.